Bist du bereit für den Datenverkehr, Ricardo? Schütz dich! Wo ist deine Ausrüstung? Wir können nicht unten geschützt einfach da rein. Oh wow. Ja, wer ist hier der Coolere? Diesen XXL. Ich benutze X. Nein, den benutze ich nicht. Die müssen alle geschützt sein heute. Willkommen auf unserem Subreddit. Von oben nach unten geht es. Die Top des Monats. Was haben wir denn hier Schönes? Jesus! Different cultures interpretation of Jesus. Ja, nein, ich würde sagen, wir haben die Beste. Wir haben eine AK. Ich weiß auch immer, was das für eine Waffe ist. MP527 oder sowas. Oh nein, 960 420. Was? Ich kenne doch keine Waffenbezeichnungen, Mann. Du hast Battlefield gezockt. Ja, trotzdem. Du hast tausend Spiele gespielt und du kommst mit. Ich interessiere mich nicht für Waffen. Warte mal, heißt das Maschinenpistole? Oh, cringe. Oh, herzig. Oh, ist das cringy. Oh, geh mir weg damit. Das wird auch keiner mitwissen. Keine Likes, Alter. Pui. Daniela Ludwig klaut Videos von YouTubern, ohne sie zu fragen, ob Axel Voss davon weiß. Axel Voss weiß nicht viel. Nee, ich glaube, das ist gar nichts. Der weiß ja nicht, was Twitch ist. Was? Das ist die Motto-Woche auf dem Abi-Abschluss oder was? Für Korruption braucht man keine Eins vorm Komma. Ja, so sieht's aus, Leute. Ja, aber man braucht keinen guten Abschluss. Nein, nein, nein. Du musst alles einfach nur faken. Das geht doch klar, oder? Ich meine, wie macht man das? Schreibt man dann einfach quasi was Falsches rein und hofft, dass es niemand merkt? Oder muss man irgendwas fälschen wirklich, richtig? Das frage ich mich immer. Könnt ihr mir eine Anleitung schicken? Nur so, private Zwecke. Männer mit langen Haaren können nicht gut aussehen. Oh, Link. Oh, Zuko. Oh, Richard Boy. Oh, ich? Oh, Keanu Reeves. Oh, noch mal. Oh, zweimal du. Oh, zweimal da drin. Du bist ein großer Haufen stinkender Windeln, Rick. All body shapes are beautiful. My Biceps too? Das ist total unfair. Ich habe sogar das Gefühl, dass der dann nochmal extra kleiner geschnitten wurde in dem Photoshop-Job. Ja, der ist jetzt dreimal so dick schon. Das ist jetzt die richtige von... Ich finde es vor allem geil, wie oft dieses Bild anscheinend kopiert und neu gespeichert wurde. Was im Fick ist das? Hier für ein Fragment da, Alter. Die Artefakte sind unbeak einfach. Obwohl, es könnte sein, dass es halt einfach schon für die Oberrechtsding optimiert wurde. Weil da kannst du ja 128 Kilobits oder sowas benutzen. Ah, und das ist einfach richtig runtergerechnet. Ja, richtig, richtig runterrock. CDU, stimmt. Meine Familie, oh wow. In der Politik sollte sich mal... Ey, ich meine, es ist so... Ich finde es so faszinierend, wie die Leute halt Panik haben. Heute war ja Großkampagne gegen die Baerbock mit ihren... Oh, die zehn Verbote, bla und sowas. Aber andererseits, CDU und SPD hauen eine Sache nach der anderen raus. Jetzt wurden die Staatstrojaner erlaubt. Mit anderen Worten, die Regierung kann uns einfach überwachen. Ja. Oder die Geheimdienste. Einfach WhatsApp schauen. NSA hat freien Laufzummen. Ich schütze mich vor sowas. Jugendliche konsumieren Brokkoli. Daniela Ludwig? Sowas kann nur der Tod widerrichten. Ja, aber die sterben ja eh. Weil die konsumieren ja Drogen. Genau, das ist schlecht für dich. Und deswegen sterben die ganz früh. Und das ist aber nicht gut für unsere Rente. Und dass Menschen sterben? Das ist wunderbar für die Rente. Ne, nicht wenn junge Menschen sterben. Ja, ne, ne. Die müssen ja noch GEZ bezahlen. Das ist sogar so umgekehrt alles, dass der Wissenschaftler auf einmal weiß geworden ist. Das ist sonst doch immer ein anderes Bild. Stimmt, ja. Warum habt ihr ein anderes benutzt? Ist euch der andere nicht gut genug? Rassist. Hm? Ja. Unsere Zuschauer, ey. Das ist krass. Was wir für Leute anlocken. Ich meine, ey, die gucken uns. Ist aber wirklich... Ist das ein bisschen falsch? Ja, Mann. Es ist Montag, aber es ist Feiertag. Das passt nicht. Was? Ich freue mich nicht über Feiertage. Stimmt. Ich meine, es ist halt so... Feiertage sind für uns nur ätzend eigentlich. Ja, aber wir können nicht einkaufen gehen. Wir arbeiten trotzdem. Aber gut, wir haben auch eine andere Situation. Aber dann kann ich kein Alkohol kaufen. Doch, ein Späti. Ja, die dürften ja eigentlich auch nicht aufhaben. Eigentlich. Was ist das denn? Tommys räudiger Ranzsack? Ja. Was für Menschen wichsen eigentlich in Socken rein? Gute Frage. Sehr gute Frage. Aha, wichst jemand direkt aus dem Fenster? Da hat jemand sich fast von Iron abgeguckt. Oh ja. Aha. Iron fuck Mama. Also das ist die einzig wahre Methode, sein Schmerz zu werden. Aber jetzt mal ernsthaft. Wer wichst wirklich in eine Socke rein? Das ist ja irgendwie auch so ein Meme-Ding. Ist das nicht aus so amerikanischen Serien auch irgendwie so? Ja, aber die haben ja auch immer dieses von wegen, dass die immer diese Creme da benutzen. Ja, die Lotion, genau. Was ist so ein Fick? Meter, Kinometer, Zentimeter, Millimeter, Dezimeter, Hektometer und Dekameter. Alter, Dekameter? Dekameter klingt so geil, dass ich es benutzen will. Wie viel ist ein Dekameter? Ein Kilometer sind 100 Dekameter? Ich wusste gar nicht, dass es diese Begriffe gibt. Geil, Alter. Aber rein der Logik her muss es sie ja geben, weil wir ja sonst immer diesen Zehnersprüngen haben. Und ja, Dekameter sind dann 10 Meter und Hektometer sind dann 100 Meter und dann kommt der Kilometer. Aber ja, macht es jetzt nicht so wirklich viel einfacher, weil 500 Meter zu sagen ist jetzt nicht so, dass die Leute denken, warte mal, was denn 500 Meter, das sind zwei Nullen, Alter, Fock, ich muss das erstmal... Das sind 5 Hektometer, Bro. Genau, ein Hektometer umrechnen, ah, 5 Hektometer, ah ja, jetzt. Ich verstehe dich, ich verstehe, was du sagst. Also das ist so ein Begriff, damit kannst du richtig Leute anpissen. Ja, wenn du es unnötigerweise benutzt. Ja, einfach um Leute zu sagen, ach, das sind 5 Hektometer, dann sind sie so... Entweder sag halber Kilometer oder 500 Meter. Das ist so, anstatt du einfach nur Viertel nach 12 sagst, dann Dreiviertel eins sagst oder sowas. Aber Dreiviertel eins ist doch 45, Viertel vor eins. Was? Oh. Ihr seht, das irritiert mich alles. Should a self-driving car kill the baby or the grandma, depends on where you're from. Ahem, if you drift, you should be able to take out both of them. Hm, that's true. Ich mache auch immer diesen lustigen Witz, wenn man irgendwie in der Stadt unterwegs ist mit dem Auto oder so, und dann ist da so eine Oma, die die Straße überquert, dann sage ich immer zum Fahrer, die kriegst du noch! Richtig lustig, das ist ein richtiger alter Männerspruch. Was die CDU denkt, von wem sie zerstört werden, von wem sie wirklich zerstört wird. Oh, sexy butt. Der Arsch schenkt irgendwie voll tief. Kannst du bitte nicht mit deinem komischen kleinen Mini-Zeigefinger dann seine Arsch einzeln rummachen? Ja. Ah. 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 Unser Verkehrsminister hat drei Milliarden Euro verschwendet. Drei Millionen Euro. Ja. Millionen. Ja. Ey, hätte der nur drei Millionen verschwendet. Ich spreche einfach nur so blöd wie Scheuer. Drei Millionen auf Bundesebene ist gar nicht so viel. Drei Milliarden ist auf jeder Ebene viel. Was sind drei Millionen Hektoliter? Hab's schon wieder gesagt. Was sind drei Millionen Hektoliter? Warte mal. Scheiße! Okay, vergessen wir das. Halt einfach mal im Maul. Ich arbeite gern für meinen Konzern, für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne lobbyieren. Ich finde es erschreckend, dass der jetzt einfach wieder da ist und Interviews macht und das keinen interessiert. Es ist ein Desaster. Alles ist ein Desaster. Deutschland ist ein Desaster. Die Welt ist ein Desaster. Seltene Aufnahme einer künstlichen Befruchtung. Ah, ja. Ja, ich hab da was ausgelöst, Leute. Ich würde auch so panisch gucken, wenn mir jemand eine Schrotflinte unten reinschiebt. Meine Theorie hat sich einfach bestätigt. Was ist denn los? Warum gibt es jetzt VPN in jede Himmelsrichtung? Ah ja, hier, unsere Anführungszeichen. Ja, die sind halt so rum. Ich hab einfach den ganzen Blog in Anführungszeichen genommen. Nein, du hast gar nichts in Anführungszeichen gemacht. Die gehen auf und gehen sofort wieder zu. Alter, bist du besoffen? Als ich das gemacht habe, wahrscheinlich schon. Nicht wirklich christlich. Korruption. Alte Leute. Inkompetenz. What the hell is this? Ja, ich meine, dieses C ist ja auch so albern, weil die sind ja überhaupt nicht christlich. Also das hat ja nichts wirklich mit Christentum zu tun. Ich hab ein bisschen das Gefühl, dass wir einfach nur noch verkommen. Wir sind einfach nur noch diese komischen Influencer, die sich über die CDU lustig machen und nichts anderes mehr. Wir sind auch mehr als das, okay? Wir sind auch Alkoholtests. Oh, Vergleich mit dir und Jack Black. Also, sick. Beide werden thick, ja. Bin ich fett. Wunderschönes Haar. Ich bin aber nicht so sick wie er. Beautiful Hair. Love Pandas. Okay. Okay. National Treasure. Oh, das ist so. Talentant Actor. Okay. In a band. Äh. Ja, Muffelwelt. Du bist in Muffelwelt drin. Ja, aber ich glaube, ich bin nicht so musikalisch wie Jack Black. Aber, ähm, ich meine, es ist schon eine Ehre, mit Jack Black so verglichen zu werden. Niemand. Absolut niemand der Vorsitzende der Werteunion. Äh. Ich, guck mal, ich schlag doch ganz eindeutig nur auf den Winx. Ja, natürlich hast du jetzt keinen, keinen Gruß da gemacht, aber es ist so. Ey, es gibt bestimmt irgendwelche Twitter-User, die das aus dem Kontext reißen dann so. Die nehmen unsere Thumbnails von wegen, oh mein Gott. Da war wirklich jemand, hat irgendjemand hin und her diskutiert und der hat das Video nicht mal gesehen gehabt. Der hat das Video nicht mal gesehen gehabt. Aber, äh, redet schon darüber, wie scheiße es ist. Es ist so. Was ist falsch mit euch? Leute, Alter. Ah, mehr Cringe. Hört auf. Wie es startete. Wie es läuft. Ha! Okay, Cringe vorbei. Sehr gut. Sehr schön. Das... Irgendwann waren wir alle mal da, dass wir so verplant waren. Ah. Genau, Rick. Verplant. Ey, dein Fahrradhelm tut dir nicht gut. Es ist ziemlich warm hier drunter. Deutscher Kinofilm Stutterpack. Deutscher Film Förderfunds. Mhm. Regisseur Schweiger. Ganz klar. Auch gleich der Hauptrolle. Nerviger Sidekick. Ja. Ein gut integrierter Sidekick. Drehbuch. Und untalentierter, nerviger Sidekick. Ja, vor allem Family B Sidekick. So. Ich finde es schade, die Rotten Tomato 0%, dass sie nicht getroffen hat in ihr Gesicht. Es ist so eine kleine privilegierte Vorstadt-Bubble von Menschen macht deutsche Filme, die so fern der Realität sind. Es sind immer dieselben, die von der Bundesregierung unterstützt werden. Ich meine, es gibt halt wirklich diesen Jimmy Blue Ochsenknecht-Film. Darum geht das auch ein Rich Boy ein Ghetto-Kid sein kann. Aber stopp, ist der... Dieser Film existiert. Aber war der auch gefördert? Natürlich war der Film gefördert. Das wäre auch ein Flop. Könnt ihr uns bitte auch fördern? Dann machen wir euch auch einen blöden Film. Der kriegt Rotten Tomatoes bestimmt mindestens eine 2. Leute, ihr habt ja im letzten Video von uns gesehen. Es ist alles nur Mindset, wenn ihr reich werden sollt. Ja. Wenn ihr das wollt. Geld erarbeiten. Geld sparen. Geld anlegen. Geld haben. Ja. Einfach reich erben. So, ist ganz einfach. Ihr müsst einfach dafür sorgen, dass ihr einen reichen Onkel habt und den bringt ihr dann um. Eine ganz neue Art von Zapfaden. THA? THB? THC! Was für'n Druck da rauskommen ist. Du könntest ja quasi so Pipes machen. Du machst so eine Bar. Dampfpipes? Ja. Dann hast du so Pipes, die halt dann durch das ganze Ding gehen und dann kann da jeder immer so'n Pfff! Anziehen. Dann kann er quasi seinen Schlauch da ranstecken. Muss ja auch hygienisch sein. Oder dein eigenes Mundstück. So wie bei der Shisha-Bar. Ja. Ich kenn mich aus, Leute. Ich war schon mal in der Shisha-Bar. Ja. Ja. Da war ich dran. Richtig harter Laden. Dann sitzen die da und trinken ihren Saft und chillen und rauchen Pfeife. Tee. Oh, jeez, Rick! It's getting kinder. Rip it, have it, have it in here. Get used to it, Molly. This is Reddit. There are reposts everywhere. Stimmt. Das sind doch gerade überall die Bots unterwegs, die alles reposten. Wahrscheinlich haben wir auch auf fünf Reposts einfach nur reagiert. Ich habe jetzt Prüfungen. Du hast doch gelernt, oder? Hm. Du hast gelernt. Oder? Natürlich hab ich gelernt. Ich lerne immer, Rick. Ich hab auch vorhin erst gelernt, wie man Fahrrad fährt. Und das werde ich jetzt auch tun. Tschüss, liebe Kinder. Bis zum nächsten Mal. Hahaha. Das liegt aber dieses scheiß Kondom.